Und dafür erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Sie wissen das, ich bitte wirklich auch unter anderem den Kollegen, das nicht zu tun. Auch nicht in der Hitze des Gefechtes zu Wort, gemeldet ist der Abgeordnete Hauser. Herr Präsident, wir eilen ja schon Vorschusslabe an Voraus, und die mag es euch eh immer so einfach. Aber bevor ich thematisch einsteige, möchte ich mich bitte einbringen des Volksbegehrens. Mag. Robert Marschall und seine Mitstreitern recht herzlich bedanken. Volksbegehren sind eine Notwendigkeit in der Demokratie. Und das würde uns gut tun, wenn wir die Bevölkerung wesentlich öfters über politische Fragen, so wie in der Schweiz, entscheiden lassen würden. Da würde man wahrscheinlich weniger unvernünftige Gesetze beschließen. Also ein herzlichen Dank an alle, die das Volksbegehren unterstützt haben. Und eine herzliche Gratulation an die Einbringer. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Herr Abgeordneter Hauser, für die Aussage, Sie machen blöde Zwischenrufe, erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Und damit ist jetzt niemand mehr zu Wort gemeldet und ich schließe die Debatte. Wir kommen zur Abstimmung. Abstimmung über den Antrag des Gesundheitsausschusses, seinen Bericht 25, 26 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben für die Kinder. Wir haben für die Kinder.